Wir wandern hier auf einem Stück Original Römerstrasse in der Umgebung von Assos. Das ist ein Stück Original Römerstrasse. Auf der Römerstrasse zu gehen ist anstrengender, aber es ist ein besonderes Erlebnis. Das ist ein Stück Original Römerstrasse. Das ist ein Stück Original Römerstrasse. Das ist ein Stück Original Römerstrasse.